Musik Hätte Adi mich nicht einfach gestorben gerade, dann hätte ich den Bogen gehabt, safe Ja ok dann, ja dann lass einfach nochmal von links Ja, weil guck dir an, Adi hat mich nur gestorben Ja ja, alles gut, alles gut, dann müssen wir das jetzt irgendwie diesmal, Specs nachjumpen Ah, die bauen diesmal von links Ja, wir bauen die aber wieder raus und das ist dumm, weil sie eh nicht, die müssen zum Auskommen nicht mehr was hatten Soll ich jetzt ne Picke mitnehmen oder nicht? Als letzter dann Die Docks von mir, soweit ich fertig bin mit Bogen runterlaufen Die bauen mega raus Ich weiß nicht, wir könnten auch raus fahren Nein Wir haben noch viel zu wenig Ich denke, wir haben oben Die bauen die alle schnell Pascal, ich hab jetzt die Picke bei, ne? Ja Soll ich geradeaus weiter oder? Ja Ja Die sind viel höher Der hat genug Blöcke um zu stormen Ja Ja, ich bin Achtung storm Pass auf, Dennis Ja Wenn you carry Pass auf Ach Mann, hättest das nicht reichen können Pass auf, pass auf Pass auf Pass auf Pass auf Schönen Pascal Einer ist jetzt noch oben Dennis, ich komme pub, okay danke Und hier kannst du Kurt machen hey sorry er lag nein das ist einfach er kriegt dadurch so verzögertes knockback die haben so nen vorteil dadurch kriegst du kriegst du mann er kriegt normale hast du die rot ja ne die rot habe ich nicht habe ich hab die nein also ich aber ich brauche essen ich habe zwei herzen einen hartnett also gegen den bogen kann ich halt einkommen echt einfach sein leute ihr habt zeit wo ist deren bogen er kommt jetzt er geht jetzt ist hoch Jonas da kommen gleich einen vor die Kuh zu dir ne? ja 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 ich hab's nicht gesehen weil ich nicht auf dem bogen die rot einer down rot down das war die rot das war nice oben ist jetzt noch ein vor die Kuh darf grad hier erst da also er ist jetzt genau über dir zeigt sich da ist denn jetzt noch einer da kommt noch einer Korti ähm kimmelt dich um den nachschub mann scheiße er ist low Adi is low er hat mindestens 3 Hits ich hatte halt keine Lederrüstung der boom kann halt play both Jungs soll ich auch hochkommen? ja ja geh mit hoch ich komm jetzt auch wieder ich komm jetzt auch wieder ja doch nicht hinter dem was gehört er leckt so hart ne? ey schau wie soll bitte einfach liegen sonst geht ich auf was anderes jetzt ja es geht aber nicht Dennis du musst aufpassen der Typ leckt rum pass auf pass auf nicht nein er ist da ist da ja komm hoch komm hoch pass pass ja pass 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 auf 30 Sek 30 Sek 30 Sek gibt der Bogen noch ja ja der Bogen lebt noch ja der Bogen lebt noch also die sind nur noch zu 2 kimmelt dich um den Nachschub der Bogen geht zurück einfach Nachschub einfach Nachschub einfach Nachschub kümmern Puschel hat Bogen wir sind 2 Krippen noch Dennis kümmel dich einfach um den Nachschub nice Dennis du machst das sehr gut Dennis wie viel sind da? das sind 2 oder? 2 also einer einer ist unter 1 Sek ich hab hier safe hoch gebaut ich hab hier safe hoch gebaut ich hab hier safe hoch gebaut wir haben schon 10 T-Shits fliegt uns nicht äh die waren unten Dennis Dennis versuch mal runter zu gehen Dennis ist rieskant da boah das ist hart von hier oben vor den ah er ist bei dir down schön johle ich hab so ein Head gewonnen hat Dennis ähm Dennis wo willst du die Base bei denen? nein nein hu ja bruh soll ich den 1stack haben? 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 ja ich weiß die haben da Endstone da kommt einer zu dir ich baue 1stack ab ist das ok? ja Dennis braucht Hurtle Sidebase ja ja ich weiß ich hab nicht genug Blöcke ah fuck egal dann bringt der nächste einfach Blöcke EC mit ich mach das ich mach das schön Jungs richtig schön du weiter so ich hab ne Steinpicke soll ich unten mitzbliefen? ich hab ne Steinpicke ne ne du könntest versuchen fast MG wenn geht oder? ja das Bett ist halt schon auf der einen Seite mit Endstone und vorne mit Eisen ich könnte auch sofort unten einfach den Konter zack wexbriefen ja wobei ne ne die haben dann bumm das ist noch zu nah an der Base und das ist halt nur ein breit ja bin down wow alter ja ja ich bau weiter hier Dennis nimm erstmal die Sachen ja ja nimm einfach die Sachen dass die safe sind das ich keinen Verlust hab soll ich ja wohnen die 25 ne Basebound? ja ja ich wusste eigentlich dass sie den Bogen haben da umgegangen ey der Bogen ist da und die haben es nicht neun gemacht ja ähm ich baue in dem Dock rein nein warte ich bau da hinten kurz einmal warum lege ich den so Fynn du bist abgeschossen ja geh runter lieber Fynn alles gut na warte ich drops dir hier lieber ich wollte nur safe gehen alles gut ist ja richtig ja ähm nicht in den Sachen doch äh ja das war alles genau ja ja ich hab die Base weiter gezogen Pascal alles gut wir hätten ja keine Ahnung nur noch seit ersten in der Tätigkeit was denn ich hab im 20 Blöckiger ja wir hätten da anfangen können ja ist egal ist egal ich bin nicht auf dem Weg wenn ich schon unten bin wenn ich schon unten bin der Weg nicht wieder hoch du warst noch nicht wieder in der Weg sorry ich alles gut Leute alles gut ich bin seit Anfang an jetzt nach dem Leben der Survivor Alter ich hab schon ne kleine wir sind halt auf 100 ihr 70 irgendwas alter das ist halt ich brauch hier ja okay dann potender alter von den train doch jetzt gekommen hm 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 25 laufen laufen 25 ist jetzt so da Pascal pass auf ja wahrscheinlich kein Loch oder jo wahrscheinlich hä 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 kann man eine letzte Plattform machen ah die lädt schon aufspielen oder nicht so hey sorry wie kriegt man so wenig noch weg keine Ahnung die ist echt ähm keine Taktik gemacht der ist einfach nur wirst du das wissen wirst du nicht was tut mir leid man gibt mir keinen Hit man machte Taktik dabei tut mir leid diga ja ja hans ok könnten die noch WP machen hm hm inwiefern war es he die tauren sich zu unserer Basis da ne ne wenn ich brauchst du was ne grad nicht ok denk dran so bei so bei mindestens 70 users schon mal bescheid sagen ne ja 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 wir machen wieder auf die Base hier komm warte mal wo ist das Gold aber wir können den glaub ich in die Base noch machen ne ja in die Base ja stimmt hinten drauf könnte ich in die Base meine ich beim Bett beim Bett ganz vorne ja ok was ist das Grundgerät ganz vorne hinspringen ne das ist 101 jetzt kann man nicht mehr doch und sind wir noch ne da vorne links ok leute auf gehts 3 2 1 go links und rechts ich bin gefällt nice man ne als ob wir gar keine Brosse haben die haben wir gar nicht doch ich hab hier alles eingesammelt aussehen sorry und hier auch noch Eisen sind das nice den Kopf oder Jonas egal hast hast viele hast viele hast viele ja warte ich brauche noch dann nehme ich mehrere Kopfwebs mit ja ja nimm zwei mit das reicht ja als wir mit dir eins rein suchen 169 auf ähm nein nein 169 auf 103 ist doch springen oder nicht ja jetzt bauen die die Plattform aus jetzt könnt ihr nicht mehr in die Base ja egal oben drauf oberste Schicht ist weggehört 122 also eigentlich könnt ihr auch da hinspringen wo also auf 125 da wo ihr die Kopfwebs habt also 125 drauflaufen und dann auf den TNT Schützen ja dann kannst du einfach auf das Rap einen Rap setzen na wir brauchen wir Digger rein noch ich hoffe wir ist immer rein dann sparen wir uns gar jeder einen Kopf bin drin ah da ist ein oh Alter ich hab's nicht richtig gesehen Achtung Artikon weil oh Pascal oh fuck das waren Kopfwebs scheiße lebst du noch oder war ziemlich Autoklicker Kopfwebs ne ja 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 wir leben beide noch aber ich habe gar keine Webs mehr Pascal komm her steckt euch macht hässlos ja ja wir hätten die Plattform halt abholen sollen das wäre jetzt unfall oder gewesen guck guck ihr süßen nicht ohne die oder nein wenn dann gehen wir zusammen rein einer ist tot sind nur noch 2 in Haferköpter und ein Verlöpter und ein Verlöpter ja ok 3 2 warte warte ich bin gleich da ich bin gleich da ja ok warte dann lass auf Tones warten lauf lauf in das Cockpit bitte oder so 3 2 warte wo sollen wir überhaupt rein einfach hier runter ok 3 2 1 rein mein Gott aller ich sehe die ich sehe den TNT Schutz nur noch von unten einer einer kommt zu dir Jonas ich habe ein Haselkepter das hätte sich nicht mehr gelohnt da drauf zu gehen ach da kommt ja einer wir könnten viele Schafe machen Leute ja warte noch weiter Achtung Finn Finn da kommt Adi scheiße geil ja ich kam halt nicht mehr früh genug hoch ja passt schon ich hatte gar keine Blöcke hä wo ist mein Schwert hin ok Schwert backt sich zurück ins Eisen Fehn dich nice wo ist Adi wo ist Adi der ist ähm Base die sind alle Base einer kommt jetzt völlig gut zu dir hoch das gleich unter dir Pascal der ist aber low der ist jetzt unter dir der ist low der ist jetzt unter dir Achtung Ben unten baut einer der die bauen unten zweiten Weg Bist du dann Pascal Bist du dann Pascal? Pascal lebt noch nice Pascal schön das machst du echt schön da kommt Pascal der ist unter dir oder wann ist die erste Schicht? bring einfach dahin wo die Cobreps sind ja und support of Pascal ist viel besser ja stimmt ähm die Chats zugebaut oder mit deinem Eisenblock ja mit Eisenblocks zugebaut und drei Eisenblocks okay dann ein ich bräuchte nach nächsten Mal schon neun Bogen Jungs jo pack ich dann gleich rein pass auf unter dir da sind gleich zwei ist drin ey aber Adis Hit grade wie hat er den bitte bekommen? der hat mich halt nicht angepasst auf scotja hat er dann danach keinen Hit mehr bekommen ja aber wie hat er mit gehitzt ich hab null verstanden scheiße maaaann die guckt einfach nach oben ja ich dachte Adi kommt runter weil der low war ich hab schon neun Bogen ja hab ich ja ich hab schon neun Bogen neun Bogen Das sah so dumm aus. Er kommt so, du steckst dich nach oben und drehst dich im Kreis. Sekoni move. Wollen wir da was machen? Nein, 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 das ist zu früh. Wir waren jetzt unten den rechten Weg safe. Wir können gleich scharfe machen, aber das bringt jetzt noch nichts. Ey, ihr könntet den Tee machen, die haben nur vier Schichten. Ja, die haben auch bei Trimod Eisenblock eingebaut. Eisenblock und Cobweb, so wie es gleich aussieht. Dann mach Mobile Tee von der zweiten Schicht. Ja, wir kommen ja nicht mal bis zur zweiten Schicht. Wir müssen die dafür down kriegen. Das bringen wir nicht hin. Meinst du, weil die zu stark rushen oder was? Ja, die sind... Wir sind nie zu dritt. Entweder stirbt einer irgendwie dumm oder was weiß ich. Der B mit dumm. Wir bauen jetzt den Tee-Schutz ab. Dann ist der bei uns weiter, ne? Wartet auf mich, wartet auf mich. Bleibt auf der Plattform. Komm. Warum bauen die den ab? Ja, lass dich abbauen, wenn die das machen. Die zu dumm sind. Zwei Hits ist down. Da ist jetzt nur noch ein Dingsbums. Ah, nee. Warte auf Pascal. Hier. Da sind drei. Ja, der ist da noch. Schön. Ja, die sind alle Banks. Beziehungsweise Ball weg. Okay, sollen wir drauf? Komm, wir drunter. Drei. Zwei. Eins. Ja, natürlich! Hinter mich, hinter mich. Ey, gib mir die Push-Hitze, alter. Schön. Ich komm so schnell wie möglich wieder. Ah, fuck. Ja. Den einen hab ich so die Combo gegeben. Komm, Pass reifen kann. Du hältst dich schön auf, Pascal. Machst du stark. Ja, trotzdem, es ist das dritte Mal, dass er da alleine steht. Machst du stark, brah. Machst du stark. Machst du stark. Machst du stark. Man muss doch ihre Motivation aussprechen und sich nicht nur gegenseitig ankeifen. Wenn du dich stackst. Ja, Mann, die machen das doch auch immer. Ich brauch Motivation, ich lass mich sinken. Ja, ich bin down. Egal. Wir haben Kuchen auf dem Bett, warum haben die Kuchen auf dem Bett? Nicht so dumm. Warum? Dann, äh, jetzt brauchst du halt noch was ab. Ja, du. Zwei Eisen gewastet. Ich würd grad sagen, dass du so viel brauchst wie möglich in einem Placing-Up-Bee-Ner-Pilzen-Cop-Hof. Ja, also so viel brauchst wie möglich. Ja, zwei kommen wieder hoch. Einer ist down. Achtung finden, unter. Unter. Gehen. Könnt ihr locken. Ihr könnt den kriegen. Der ist allein. Schön. Schön. Ist down. Perfekt. Der ist doch nicht geflogen. Äh, da kommt Adi wieder. Da kommt noch einer. Pass auf, pass auf. Warte, warte, warte. Immer wieder TNT-Schutz so ab, weil wir halt nur Tierschichten haben können. Nämlich mit, äh, den Schafen des TNT sind da drin. Hiiii. Pass auf. Wir könnten ein bisschen weiter runter gehen und dann vielleicht auf Adi, weil Adi alleine ist. Oh. Oh. Oh, das ist da fürn. Den Turm baut ihn ab. Komm, lass drauf. Baut den ab, Adi. Auf 3. 1. 3. 3. Warte. Um weiter zu blieben. Ich baue die Leitern ab. Da kommt wieder einer vor die Kuh. Ach, pass. Ah, alter. Da kommt noch einer vor die Kuh. Rieft jetzt einfach. Ja, der letzte Hit war legit. Achtung. Noch einer vor die Kuh. Ich kassier. Schön. Geht hoch, geht hoch, geht hoch. Jetzt einfach hoch. Äh, einer noch eine Kuh mit Helm. Ah, der Helm ist wichtig. Achtung. Holy Crap. Hoho. Hat er jetzt von der Runde? Ich dachte nur eine Kuh mit Helm. Er hat doch keine Kuh. Hat der nicht ein Schwert? Hey, unter der Kuh zähle ich vor die Kuh mit Kanalrüstung. Ja, okay. Ja, Pascal 1 gang. Ne, Jonas 1. Ja, ja. War 1 gang 2 sogar. Pascal tauern. Pascal tauern. Wir haben so viele Ressourcen. Wir haben so viele. Wow, alter. WTF, Mann. Ruhig. Pascal. Wir haben richtig viel. Ah. Vince blieb einfach so ein bisschen weiter. Achtung. Kuck, kuck. Wieder runter. Kommt noch nicht hoch. Ah, jetzt kommt einer wieder mit Pulleco. Hab Hörnangst. Ja, nicht den Turm so hoch bauen. Denn, weil dann können sie TNT Schutz dran bauen. Ah, fach 5 Blöcke hoch. Ja, genau. Eigentlich dürfte er keinen Hit mehr bekommen. Außer er playst unter sich einen Block. Weißt du dich auch nicht? Ja, das meine ich. Ja, ja. Lebst du noch? Ja. Ja, noch lebe ich. Es sind zwei unter mir. Okay, komm. Äh, drei sind jetzt unter dir zwei. Pulle Coe, eine noch eine Coe. Ich könnte das Gold losen, Leute. Ja, lass sie suchen. Ähm, weißt du, wie wir es machen? Ich, ähm, ihr legt dann ab. Wo ist denn deren Kiste? Kannst du nicht? Die haben eine Safe-Chaste. Ja, dann lass sie. Safe-Chaste nicht mit Eisenplacke? Ja, Eisenplacke drauf und so gebaut, dass du sie nicht öffnen kannst. Was sieht jetzt aus? Du hast die Kiste. Komm. Komm, komm. Kuckuck! 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 Und den Dennis. Ah, die, Alter. Zwei Fulikus sind da. Wollen wir drauf? Wir gehen gleich auf. 2, 1. Ah, ne, ne, nicht drauf. Warte, die Plattform hier. Einfach auf. Achtung, er kommt! Achtung! Habt ihr einen wegge... Okay. Achtung, der andere kommt hoch. Hier kommt keiner hoch. Achtung, A, die kommt wieder. Hast du eh viel Ful, gell? Ja, ihr, ihr tankt. Ich muss die Plattform hier hoch. Hab roten. Nee, nee, nee. Ja, okay. Achtung. Äh, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Wieder hoch, genau. Immer wieder hoch. Achtung, hinterher ist gleich... Oder unterher ist einer wieder. Oder unterher ist einer wieder. Ja, wahrscheinlich. Oh, das war dumm. Ich hab ne Rennungsplattformen und das ist ein Fake. Kannst du überleben, Finn? Nein! Richtig mies. Du kannst einfach Blöcke nach unten. Du kannst einfach Blöcke nach unten. Ey. Aber legend, ne? Ja, du kannst lernen, na. Noch mal heinst du... Ah man, das waren nicht so viele. Julien, man hat mir in den abgetaucht. Geht jetzt zu 30 min AC anstellen? Puh, pff. Komm wieder hoch. Ich hab ihn nicht gegeben müssen, aber Er kommt Noch einer, noch Niko hinter euch Ja, wow, Alter Ich hab locker mit dir gepackt und Schlaube ist so schlecht, Alter Ja, was soll er großartig machen? Ja, der checkt mich gar nicht Oh, ich habe keine Brustplatte, uh Ey, wir können jetzt Schlaufe machen Wir haben echt gar nichts Einfach Falsches Leben Er macht den Bass, der Fan, er leckt Einer, einer geht auf die Plattform Ja, er leckt ja nur so Aids, dass wir ihn nicht mehr hinten können Oder er kein Knockback bekommt, er uns aber trotzdem fehlt das Gift Achtung, Finn, 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 zwei Stück Was, Finn? Bin ich Äh, auch Jonas Leute, ich war Base, ich hab mich jetzt gerade voll erschrocken, Alter Sorry, ich hab... 5, 10, 10 reichen, oder nicht? Jo, Leute, in der Base, zwei Stück jetzt auf einmal so Zack, da Unter die Jonas, respektlich Wir machen jetzt den T-Sharfer, einer geht auf die Plattform, ne? Äh... Jonas ist da Und die gehen jetzt zu eurer Plattform und fahren die Websack Ja, egal Nein, böse Buben 15 T, 9 Schafe haben wir Dann timet die gut oben Ja, und dann machen wir 5 TNT, das reicht eigentlich Ah Das reicht sogar für jetzt schon eigentlich zu halten Wenn wir 1, 2 Schichten wegkriegen, sollten wir das Brett kriegen Wie viel TNT hast du dabei? 5 Und, Dennis Wie viele Schafe hast du dabei? 9 Achtung Soll ich noch einen 10-Tour mitnehmen? Ja Ja, tun die Ender-Chats rein, ne? Achtung, da kommt einer zu dir 4 auf Knocken So nen Deppentanz, alter Noch einer? Nice Perfekt, du musst die alle down kriegen und ich die Schafe machen Können wir all-in machen und noch mehr TNT machen? Nein, nein, nein Nein, nein, nein Wir müssen Gold fahren, falls die Dings machen, wird die Stärke noch besser Na, nachdem wir das TNT gemacht haben, muss ich eben auf K Ich mein, jetzt ist es scharf Achtung Wohin? Ich bin frei Es bieft dir das hier frei Dennis, mach das so gut Gell Achtung, unten, Dennis Ne, ich seh's Dennis, dein Ding Oh fuck Ich bin jetzt hier oben gleich Ich bin, bleib safe, bleib safe Mach dir schon die Schafe? Ja, aber das erste Schafe, wo der gekontert Nehm, los doch ab Ah, kacke Wollen wir uns helfen? Was da? Ergeg dich Gottchen Ach, der will den nocken, Alter Nervous Fidooo Da kommt noch einer, pass auf Finn Kann ich runter gehen, Pascal, da auf die Platz ran? Woll's machen Kacke Ich hab ihn runter geschossen noch, Achtung, Finn Störn Äh, wo geht's hoch? Oh, du Schaff! Warte! Kannst du jetzt eigentlich TNT machen, Pascal, ne? Ach, die kommen doch nicht mehr an mich ran, Mann! Watt für eine Range wollen die ja einen haben, bitte! Kann das Schaf mal explodieren, bitte? Danke, nein, explodiert, explodiert! K1 explodiert halt wirklich da, wo es explodieren sollte. Ja! Bruh! Nice! Hauptsache zubauen, Leute! Einer ist low, der Noniku ist richtig low, der hat das TNT abbekommen. User, join your channel! Hi! Ey, Pascal! Ja? Du hast bisher die... ... in meinen Streamchat geschrieben. Was sag ich? Du hast die meisten Nachrichten in meinen Streamchat geschrieben. Ich hab das erste Mal in den Stream getrunken. In dem Stream halt, hast du 96 Nachrichten geschrieben. War einfach leicht. Ich hab mir auch Dingsen geklärt, Digga. Achso, wir haben Leute nicht geessen. Ey, Jungs, warte, Adi macht jetzt Social Challenge. Wie willst du dich gar nicht klären? Jungs! Immer einer vor die Kuwaits, lieber. Ja. Oh! Oh, Adi! Oh, shit! Nicht geessen. Macht ihr ZWs oder was? Gigi! Ja, ja. Wir haben die echt gut geholt. Wir haben echt mega gut gesichert. Stark, Jungs! Starke Runde! Also bis nachher! Ciao! Ciao! Ciao!